Der winterliche Garten. Ich suche hier meinen Hund. Ich denke, wo ist denn die wieder? Suche hier alles ab. Das dauerte gestern Abend schon so lange, bis das die reinkam. Was macht Madame? Hier unten sitzt sie. Ganz, ganz hier hinten, hinter den Töpfen. Macht es sich da auch noch schön bequem. Das ist nicht zu fassen. Sie dreht sich da hin. Da ist sie. Wieder. Komm da raus, Schatzi. Komm, was willst du da? Ich glaube, die weiß gar nicht mehr, wie sie rauskommen soll. Ich muss jetzt erst mal meinen Hund befreien. Du bist eine Möhre. Miley, bis sie wieder.